MidJourney konnte sich jetzt eine sehr lange Zeit als absolutes Nonplusultra bei der Bilderzeugung mit KI etablieren. Und obwohl die Verwendung des Tools mit dem Discord-Server nicht ganz leicht zu meistern ist und man mittlerweile gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das kostenlos zu nutzen, ist man eigentlich nicht darum herumgekommen, wenn man wirklich gute Ergebnisse wollte. Alles, was es an kostenlosen und vor allem vielleicht auch Open-Source-Alternativen gab, war einfach objektiv schlechter. Egal, ob das jetzt DALI 2 war, übrigens ja auch nicht mal mehr kostenlos. Leonardo mit nur einer begrenzten Zahl an Bildern umsonst oder eben Stability Fusion, das schlicht keine wirklich guten Ergebnisse geliefert hat, wenn man sich nicht wirklich gut damit auskennt. Aber das ist jetzt vermutlich alles Geschichte, denn Stability AI hat die neue Generation der eigenen Bild-KI vorgestellt. Und die ersten Ergebnisse sollten Firmen wie MidJourney tatsächlich ein bisschen Angst machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das neue Modell schon heute auszuprobieren. Die einfachste ist vermutlich auf der Website ClipDrop. Dort gibt es ja eigentlich eine Art Playground zum Ausprobieren für alle möglichen Tools von Stability AI. Und auch das neue Modell wurde direkt integriert. Besonders schön, man kann sich sogar ein paar Bilder erzeugen komplett ohne Account und natürlich dementsprechend kostenlos. Wenn man dann, so wie ich, begeistert von der Qualität ist, dann kann man sich einen Gratis-Account erstellen und bekommt so 400 Bilder pro Tag. Zwar mit Wasserzeichen, aber ich denke, das ist immer noch ein mehr als großzügiges Angebot. Aber ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir kurz einen Blick darauf werfen, was wir hier wirklich an Qualität bekommen. Und dazu gehen wir einfach zu ClipDrop. Ich habe die Website auch direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Hier habe ich jetzt im Prinzip eine extrem einfache Oberfläche. Ich kann einen Prompt eingeben und Bilder generieren lassen. Außerdem haben wir noch diesen kleinen Button für Einstellungen. Und wenn wir den einmal anklicken, dann sehen wir, dass wir noch drei weitere Bereiche für Anpassungen haben. Für den Stil, das Seitenverhältnis und für negative Prompts. Also Dinge, die wir nicht auf den erzeugten Bildern haben wollen. Ich fange einfach mal an mit einem Prompt, wie ich ihn bei Leonardo in unserem Test verwendet habe. Und möchte einen Porsche auf einem Highway sehen. Zum Vergleich blende ich hier nochmal das Ergebnis von Leonardo ein, während wir die Wasserschlange im kostenlosen Plan durchlaufen. Auch hier hatten wir ein ganz gutes Ergebnis bekommen. Aber wenn wir jetzt sehen, was Stable Diffusion XL uns liefert, dann, denke ich, haben wir einen klaren Gewinner. Es werden hier, ähnlich wie bei anderen Bildtools, immer vier Varianten erzeugt, die wir uns dann ansehen können. In der kostenlosen Version sind unsere Möglichkeiten dann relativ begrenzt. Ich habe immer die Option, das aktuell ausgewählte Bild mit dem Download-Button hier oben rechts herunterzuladen. Über den Edit-Button kann ich außerdem noch andere ClipDrop-Tools nutzen, um mein Bild zu bearbeiten. So kann ich zum Beispiel das Uncrop-Feature verwenden, um heraus zu zoomen und mein Bild am Rand zu erweitern. Aber all diese Operationen verlassen dann eben Stable Diffusion und wir kommen zu den anderen Tools. Hier fehlen in der ClipDrop-Version natürlich ein bisschen Möglichkeiten, wie man bei Midjourney oder Leonardo beispielsweise hat. Also zum Erzeugen von neuen Varianten, dem direkten Bearbeiten von Bildern und mehr. Aber letztendlich ist das eben auch nur eine Demoseite für das neue Modell, die mit einem relativ minimalen Interface das Ausprobieren schnell und einfach macht. Das alles soll aber nicht von der Qualität der Bilder ablenken und in unseren Versuchen haben wir hier wirklich extrem gute Ergebnisse erzielen können. Ist das Ganze besser als mit Journey? Ich denke, das ist noch zu früh zu sagen. Aber es ist wirklich das erste Mal so, dass wir einen sehr ernstzunehmenden Konkurrent haben und das sogar aus der Open-Source-Ecke. Schreibt uns doch gerne auch eure Meinung und eure Erfahrungen in die Kommentare und wo ihr Stable Diffusion im Bild-KI-Ranking aktuell sehen würdet. Jetzt gibt es natürlich noch einen wichtigen Punkt. Wie ist das mit den Rechten? Also wie darf ich die entsprechenden Bilder dann auch verwenden? Bei ClipDrop kann sich das natürlich immer wieder ändern. Stand jetzt ist es so, dass man mit dem kostenlosen Account eben eine bestimmte Anzahl Bilder generieren kann. Diese haben immer ein ClipDrop-Wasserzeichen und sind damit klar gekennzeichnet. Wer das nicht möchte, muss entweder auf einen ClipDrop-Premium-Plan für 9 Euro im Monat zurückgreifen oder sich damit auseinandersetzen, wie Stable Diffusion auch außerhalb von vorinstallierten Umgebungen verwendet werden kann. Man kann Stable Diffusion XL natürlich auch wie die Vorgänger selbst nutzen, indem das Modell lokal installiert wird. Dann greift für die erzeugten Inhalte auf jeden Fall nur noch die Lizenz von Stable Diffusion selbst und da würde ich einfach hier mal kurz den relevanten Part aus der Lizenzvereinbarung Stand heute 31. Juli 2023 einblenden. Hier sehen wir relativ eindeutig, dass Stability AI selbst keine Rechte an den von uns erzeugten Bildern hat und wir so gesehen das Ganze eigentlich frei verwenden dürfen. Aber auch hier gilt natürlich, vor allem bei geplanter kommerzieller Nutzung sollte man sich immer noch mal genau und vor allem aktuell informieren, wie die Lage gerade ist. Generell kann man aber davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen und Monaten einige weitere Anbieter das Modell in ihren Image Generation Tools anbieten werden, da die Qualität einfach wirklich auf ganzer Linie überzeugt. Wenn es einem also zu heikel ist, sich mit den ganzen Lizenzen auseinanderzusetzen, kann man hier auf einen Drittanbieter als Mittelsmann zurückgreifen und sich dann dementsprechend an deren aktuellen Lizenzen orientieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und einen netten Kommentar. Und falls nicht schon geschehen, lass uns doch auch ein Abo da. Mein Name ist Johannes Ruf und wir sehen uns im nächsten Video.